hallo freunde des laminaren luftsports wir sind heute unterwegs nach kamen denn dort bietet dieses jahr wieder der dhv seine packer kurse an und da ich das noch nie gemacht habe und meinen rettungsschirm immer wegschicken musste zum packen wollen wir mal heute was lernen ja ich bin etwas spät dran wir haben sonntag morgens früh ich kann nicht aus dem bett der kurs fängt in einer halben stunde an ich habe noch 20 minuten fahrt wird knapp aber wir werden es schaffen mal gucken ob sie uns mit der kamera reinlassen so leute wir sind da jetzt muss ich nur die sporthalle finden ihr habt nämlich keine ahnung wo das ist ich glaub da hinten so wie es aussieht ist es da hinten ich komme wieder auf den letzten drücker hier verdammte hacke das ist es Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Darf ich das überlegen? So Leute, der Kurs ist zu Ende, ich habe meine Rettung dreimal gepackt, das ist nicht ganz einfach, da muss man üben. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach, aber dreimal gepackt, zweimal geworfen, zweimal hat alles geklappt, wir üben nochmal. Also, weiter geht's!